Der Rückbau des Erdgasspeichers des Unternehmens ExxonMobil in Dödling ist am Mittwoch mit einem lauten Knall fortgeführt worden. Der vierte der insgesamt fünf Türme wurde mit Hilfe von Bagger und Stahlseil abgerissen. Der letzte Turm soll in gut zwei Wochen fallen. Die Erdgasspeicheranlage war von 1983 bis 2012 in Betrieb und wird in drei Abschnitten zurückgebaut. Nur der Verwaltungstrakt bleibt stehen. Der erste Abschnitt soll bis 2021 abgeschlossen sein.